So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Folge 2. Wir haben ja hier unsere Zwischenbasis im Untergrund gebaut. Schon auf ÖR16 unten. Ja, haben recht viele Sachen gefunden. Da, das Eisen. Ich wollte ja noch Fleisch braten das letzte Mal. Ja, gut. Wir haben leider Verschiedenes. Ähm, müssen aber dann eben zurück, weil wir Fleischnöten, also Essensnöte haben. Und weil wir eben noch auch bauen wollen. Und die Zombies nerven gerade hier. Die sind nicht hier. Ich baue hier mal ein bisschen Redgestones ab. Redstone. Aha, hier unten sind die Zombies. Hat sie irgendwo Diamanten? Ähm, genau. Ich mache mir einen Eimer und giesse mal das aufs Lava. Er ist schon wieder zurück. Das ist unser Owner. Und mein Kollege. Der ist manchmal auch beim Livestream so dabei. Und ja, anderswo. Ich habe immer noch die Hake hier. Ähm. Ja, ich muss das noch braten. Und was wollen wir noch machen? Ah ja, eben den Eimer, genau. So. Ja, Schere, das aber auch nicht. Aber ein Schwert. Ähm. Eine Schaufel. Die Axt mache ich später. So. Dann. Das hier. Das. Ich klinge mal das aus. Dass es auslöscht. Und wir holen das Wasser von hier um. Wo bist du, Wasser? So ein bisschen weiter oben. Ah, jetzt sind wir genau wieder hier, wo wir die Skelette getötet haben. Muss ich das... Wieso habe ich jetzt wieder keinen Stein? So. Das ist weg. Und hier können wir die Quelle absiegen lassen. Gut. Noch ein bisschen Gold mitnehmen. Sowieso nicht. Ähm. Haben wir noch irgendwas? Nö. Eine Hexe. Können wir die töten ohne Trank? Ja. Also sie haben keine Trank schießen können. Weil die macht uns langsam oder vergiften uns und das ist schon qualvoll ohne Rüstung. So. Ich mache die Hacke gerne kaputt. Dann noch die... Ähm. Noch die Eisen... Äh. Spitzhacke. Und nicht die Axt. So. Gut. Ähm. Ja, wir gehen jetzt runter. Ich will jetzt nicht die ganzen Folgen hier, ähm... Meinen. Bisschen Abwechslung. Bisschen Abwechslung. Gott, oh Gott. Erschreck mich nicht so, Zombie, bitte. So, schauen wir mal den Lava-Fluss hier an. Ja, ist ein bisschen niedrig. So, ja, finden wir leider keine Dias, so, meine Ohrenkitzeln. Ja, also, dann gehen wir zurück und, ähm, ja, leider nicht. Ah, vielleicht noch ein bisschen Redstone mitnehmen. Ähm, ja, mit den Redstone möchte ich auch gerne ein bisschen mehr machen. Ich kenne mich noch nicht so gut mit Redstone aus. Möchte so mit euch ein bisschen lernen. Und... Ja, ähm, Diamanten. Ich sehe Diamanten. Der sieht mich nicht. Ha, 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 scheiß Skelett. Ich will jetzt hier raus wieder. Wie kann man jetzt hier... Das ist unten. Ich wollte eigentlich nach oben. Irgendwo hier oben war es doch. Auf der Minimap sehe ich leider nicht gerade viel. So. Naja. Wo sind jetzt Diamanten? Sie sind oben, aber wie komme ich jetzt wieder hoch? Ah. Manchmal ist es schon ein bisschen verwirrend. Hier hoch, oder? Ich habe irgendwo die Diamanten gesehen. Wo war es? Da vorne? Aha, sie ist... Aha, hier geht es weiter. Ja, okay. Man muss es ein bisschen besser anschauen. Ja, jetzt sehe ich die Diamanten. Oh, sind das viele? Es sind vier. Sichtbar. Viel reicht schon für eine Diamantsspitzhocke. So. Sehr schön. Folge 2, ein Diamantschwert. Äh, ein Diamantsspitzhocke. Das ist doch nice. Die Hacke lasse ich mal. Lieber, ich bete. So. Ich möchte einen Schutz haben. Oh, viel mehr. Oh. Boah. Acht, Dias. So, krass. Also, das ist wirklich mal... Boah. Boah. Okay, ich hatte schon mehr, aber... Also, das ist ja in der ersten Ding, aber das sind Doppelerze. Ja. Blödes... Blödes Lava. Also, da gehen wir jetzt zurück. Also, dann gehen wir jetzt zurück. Wir haben acht Dias. Das ist genug für mehrere Sachen. Diamantschwert, Diamantsspitzhocke, Diamant-Axt. Ähm... Slash-Home-LP. Ähm, ich will jetzt nicht so viele Farmhomes machen, sonst ist es uns zu leicht und wir cheaten sonst zu viel. Wir machen hier mal ein kleines Häuschen. Ja, ich denke, wir bleiben hier auf dem Berg. Wenn wir schon auf einem Berg... Ähm... ... unser Warp haben, dann doch gerade das Haus. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Machen wir acht. Ähm... Dann können wir gleich mal... Ah ja, die Werkbank habe ich nicht mehr. Die habe ich ja dort gelassen. So. Elfen. Haben wir es auch. Und noch... Zwei Kisten. Gut. Da legen wir mal das Wichtigste rein. Was wir gerade nicht brauchen. Kann auch rein. So. Die Erze möchte ich brennen. Wir brauchen eigentlich noch nicht Gold, aber... Ja, ich habe immer gerne Gold und dann Goldblöcke zum Lagern und nicht Gold jetzt. Und wieso regnet es? Und wieso regnet es? Das mag ich nicht. Hier unten sind Kürbisse. Sehr gut. Kann man das eigentlich hier auch so machen, dass wir gerade einen Garten hier unten bauen. Dort ist sogar noch ein Wasserloch. Sehr gut. Also. Mal die Hacke wegwerfen. So. Ähm... Ja, hier ist nicht so gut für eine grössere Farm, aber eine kleine können wir ja machen. So. Außerdem gibt es noch eine öffentliche Farm, wo ihr auch noch mehr Nahrung holen könnt. Könnten wir dann mal benutzen. Und dafür müssen wir ein bisschen laufen, weil wir keine Warps haben. Wir haben nur Homes, wo wir teleportieren können und der Spawn. Weil... Auf Servern wird sonst immer nur noch geportet. Ähm... Die Portale sind dann einfach so... Schon auch als Teleport, aber eben, dass man wenigstens noch hinlaufen muss. Und, ähm... Für die Farm-Welt, schnell hinzugelangen, hat man Homes. Drei. Admins haben unendlich. Und, ja. VIP. Ich weiß nicht, dass das Server ist. Wahrscheinlich nicht ohne VIP oder so. Also, wir wollen auf dem Server keine Vorteile für Leute, die etwas bezahlen oder spenden. Ähm... Wer spendet, der bekommt wahrscheinlich nur ein VIP-Zeichen oder so. Aber nichts, was, ähm... Ja. Was so, ähm... Vorteile gibt oder so. Vielleicht eine spezielle Welt, wo man irgendwas seich machen kann oder so. Ja. Aber... Nichts so etwas wie... Ja, man levelt schneller oder... Man... Ist einfach cool. Kuchen. Das wollen wir nicht. So. Machen wir Kürbiskuchen. Wieso nicht? So. Und der Rest Weizen. Aber wir haben wenig. Na, haben wir noch Weizen. Das ist die Axt. Äh, Spitzhacke. So habe ich ja immer im Englischen, dass ich zur Spitzhacke auch Axt habe. Komisch. Okay, ist kein Ding. Keine Bewässerung. Dann mache ich das hier. Neue Bewässerung. Und das Wasser wieder aufsammeln. So. Das ist eigentlich recht schön hier. So eine Bucht. Ähm, ich muss jetzt schauen, welche Richtung... Kann man nicht zoomen? Irgendwie kann man doch zoomen. Ähm, Optionen. Ich mag die Minimab nicht so, aber es ist die einzige bei 1.8. Zoom Z. Also wir sind... Nörd... Nein, südlich. Okay. So, ähm, südlich ist der Spawn. Also der... Das, ähm, Zukunftsportal. Links ist also nix viel. Rechts ist Festland. Und wir sind zwar auf einer Halbinsel. Und... Ja, ist recht hübsch. Wir sammeln noch ein bisschen Holz für die Hütte oben. Weil hier unten gerade so viel dick ist. Dick ist. Das ist, ähm... Nicht so gut. Ähm, was ich vergessen habe, ist den Timer zu stellen. Aber ich werde jetzt einfach noch ein bisschen aufnehmen. Muss ich wieder dran denken, dass ich jetzt den Timer stellen muss. Vielleicht gibt es auch einen Online... Also einen Timer, den man irgendwie runterladen kann oder so. Wäre nämlich besser. Früher hatte ich immer schön 30 Minuten auf der Uhr geschaut. Und jetzt habe ich keine Uhr. Nur ein, ähm, eine Stoppuhr, wo keine Uhrzeit anzeigt. Das ist ein bisschen blöd. Mal ein paar Setzlinge mitnehmen. Ja, nehmen wir dich auch noch kurz mit. Ich mache jetzt hier irgendwo ein Loch. Ja, ich lege... Ich lege es jetzt einfach hier rein. So. Jetzt Setzlinge haben wir genug. Und jetzt müssen wir nach oben kommen. Ähm. Home einzusetzen. Nein, okay. Jetzt gerade nicht. So. Jetzt sind wir wieder oben. Ähm. Also, was haben wir? Eisen. Ich will mir meine Kohle nicht vergöten. Ja, unbedingt. Mach ich das mit den Birken. Noch ein paar Birkenfellen. Und es wird schon wieder dunkel. So. Nein. Nein. Bauer. So. Machen wir Holzkohle. Wieso nicht? Sudele. Du gehst hier rein. Schmilzt es nochmals. Kohle, du. Ja. Die Setzlinge mal noch kurz ein bisschen hinpflanzen. Hm. Da noch einen. So. Ja. Und hier müsste noch ein bisschen Erde hin. Wir machen wahrscheinlich das Haus ein bisschen anders. Alles. So. Ähm. Wir machen das Haus bis dort. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Naja. Ähm. Das wollte ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Machen wir mal acht, mal acht. So. Aber eben war wir ja modern bauen. Ähm. Muss das Holz dann mal wieder weg. Oder. Ja. Ich finde jetzt Holz nicht so modern. Ich will so eine richtige. Halt mit Wolle oder so. Später mit Lehm. Oder mit den, ähm, mit, wie heißt es jetzt? Ähm. Mit, ich kann das nie merken. Ähm. Ja, das ist ein netter Zeug. Kristall da. Quarz. Genau, Quarz. Kann ich nie merken. Weiß nicht, wieso. So. Das kann ich einfach reinnehmen. Na, nehmen wir es mal mit. Ähm. Schon fertig? Ah ja, 13 Mal. Jo. Wir könnten hier noch ein bisschen erkunden. Planen wir noch ein bisschen. Und ja. Ich denke, es ist jetzt noch nicht Zeit. 30 Minuten vorbei. Ja. Ja, ich habe sie sogar gestellt. Die, den Stoppuhr, aber habe ich sie nicht angeklickt. Also hier, hier drüben werde ich wahrscheinlich den Garten machen. Oder hier. Hier wäre doch schön für den Garten. So. Zukunft. So. Ähm. Eben. Das Portal. Ich kann es euch noch kurz zeigen. Naja, ich kann es nicht. Ich werde es mal so zeigen. Ich werde aber nicht Game Mode 1 machen. Ich werde Game Mode 3 machen. Und zeige es euch kurz so. Ähm. Da vorne ist ja die Mauer wieder. Da drüben ist übrigens relativ nahe ein Germareaktor, wie das heißt. Eine, da ist es genau. Ja, es war ein Kraftwerk, was mit Wärme und so zu tun hat. Aber vielleicht ist Nocturnal momentan nicht da. Ja. Schade. Könnten wir ja dann mal fertig bauen oder so. Weil es offene, ähm. Bei offenen Gebäuden, also, ja, für die Öffentlichkeit und so. Wenn jemand nicht mehr weiter arbeitet, weil er halt nicht mehr auf dem Server ist oder so, wird das meistens dann für die Öffentlichkeit freigemacht. Dann kann jemand weiter bauen, der Lust hat. So, hier ist es. Also, hier ist die Mauer. Und, ähm. Ja, hier drüben ist dann die Raketenstation. Die führt dann in den Weltraum, eben in die Galaxiewelt. Ah, da kann man gar nicht runterfahren. Im Spectator-Mode. Und, ähm. Kann man nicht schneller fliegen. Ein bisschen. Jo. Hier kommt dann so ein Lift. Kann man hoch dann. Ähm. Das Plugin haben wir drauf, glaube ich. Und, dann hat es dann hier irgendwo das Portal. Könnt ihr reingehen. Und sind seit dann im Weltraum. Ja. Wird richtig gut. Hier wird dann so ein Gebäude, ein Laboren. Also so ein Raketenstationskommandozentrum. Und, jo. Richtig cool. Also, dann gehen wir wieder. Home. LP. Gmod 0. So. Und. Dann, ähm. Ja. Ist die Folge eigentlich schon vorüber? Ähm. Diamant. Heißt Hake. Werd ich jetzt noch nicht machen. Diamant-Spitzhake. Ähm. Ich will einfach noch ein bisschen Eisen bleiben. Weil, ich finde immer so Let's Plays, wo dann plötzlich schon Diamant sind und dann voll verzaubert und so. Also, finde ich eigentlich immer nicht so motivierend. Ähm. Ich möchte jetzt langsam mit euch, ja. So ein bisschen fortschreiten. Und, ich hoffe, ich hoffe, es wird lang gehen. Also, das wird wahrscheinlich das längste Let's Play, das ich je gemacht habe. Also, das war, glaube ich, das war, glaube ich, das war, glaube ich, das längste bisher. Ja. Und, ja. Dankeschön fürs Schauen. Und, ja. Hoffentlich. Ja. Schaltet einfach, wenn ihr Lust habt, dann Part 3 wieder. Ein. Und, ja. Dankeschön fürs Schauen. Vielen, vielen Dank. Tschüsschen. Tschüsschen.